Ja, alles klar. Moin. Okay, ja, check ich gleich. Du, ich bin jetzt da. Danke dir. Ja, ich merke mich später. Bis dann. Morgen. Hallo Sarah. Morgen Philipp. Was hast du? Weibliches Opfer, zwischen 20 und 30 Jahren. Auf den ersten Blick gibt es keinen Hinweis auf die Todesursache. Okay. Und was ist das hier für auffällig geschrieben? Die hat sie am ganzen Körper. Ein paar sind bereits vernarbt, ein paar sind noch relativ frisch. Tod ist sie auch noch nicht lange. Maximal 10 bis 12 Stunden. Und schau mal, sie scheint eine Uhr getragen zu haben, aber die ist jetzt weg. Oh ja. Du weißt also noch nicht, wer sie ist? Nee, keine Ahnung. Ich schicke direkt die vermissten Meldung. Hi, Philipp. Hi, Robert. Check bitte für mich die vermissten Meldungen der letzten Tage. Wir haben eine junge Frau, circa 20 bis 30 Jahre alt. Heller Hauttyp und mittellanges, blondes Haar. Nee. Da passt leider nichts dazu. Okay. Trotzdem danke. Ich möge mich. Sag mal, Sarah, Fingerabdrücke nimmst du noch, oder? Ja. Aber wenn euch das nichts bringt, schau mal, sie hat ja eine Brust-OP. Das heißt, ich kann einst ein Implantat entnehmen und anhand der Seriennummer kann man Chirurg und Patientin ermitteln. Super. Dann machen wir das. Ja. Danke, Sarah. Gerne. 6-8-6-7-7 Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so 300 Gramm. So ein gutes Teekörbchen, denke ich. Ja, ich warte. Marlene Blum. Ja, Sekunde. Ja, ich hab sie. Super. Vielen Dank, ja. Wiederhören. Ja. Da haben wir unser Opfer. Marlene Blum, 28 Jahre alt, wohnhaft, Lessingstraße 3. Na, so wie es aussieht, lebt sie allein. Sympathisch, junge Frau. Ja. Ich frag mich nur, woran sie gestorben ist. Und wie die ganzen Streben auf ihren Körper kommen. Oh, die Rechtsmedizin war auch schon fleißig. Mal gucken, was Sarah schreibt. Also, es gibt keinen Hinweis auf eine Vergewaltigung. Auch keine Hinweise darauf, dass sie überhaupt Geschlechtsverkehr hatte in letzter Zeit. Todesursache folgt. Na, super. Ja, aber warum wurde sie nackt aufgefunden, wenn sie nicht vergewaltigt wurde? Ja. Wir müssen auf jeden Fall mehr über sie rausfinden. Am besten du redest mit der Familie. Und Philipp und Alex, die sollen sich mal in ihrer Wohnung umschauen. Ich schenke dir direkt einen Schlüsseldienst hin. Gut. Danke fürs Öffnen. Oh, wow. Jetzt wundert mich auch nicht, warum sie alleine gewohnt hat. Welcher Mann macht Sophie Rosa schon mit? Ach, guck mal, sie hatte eine Katze. Wo ist sie denn? Hm. Boah. Das sind aber viel Backbücher. Also, ich backe und koche echt viel, aber so viele Bücher habe ich nicht. Es scheint eine richtig häusliche Lady gewesen zu sein. Also, das Fenster ist in Ordnung, da ist nichts dran. Okay. Hier hat ja anscheinend auch kein Kampf stattgefunden, ist ja alles ganz ordentlich. Ja, alles recht sauber. Die Terrassentür ist auch in Ordnung. Keine Einbruchsspuren, kein Blut oder irgendwas. Komm, wir gucken mal oben. Oh, auch rosa. Ja, hier auch. Oh, das ist aber gemütlich. Und auch wieder rosa. Hm. Auch hier, keine Einbruchsspuren. Guck mal hier auf den Fotos. Ist sie das? Ja, das ist sie. Marlene Blumen. Oh. Also, ich glaube, sie hat einen Fetisch gehabt, oder hast du sowas auch zu Hause? Hätte ich nicht gedacht, dass eine Frau, die so wohnt, so ein Hobby hat. Oh, Ladi-Walfi, wie viel ist das denn? Oh, guck mal hier. Ich glaube, das ist mehr als nur ein Hobby gewesen. Lady Jana. Das ist sie. Domina-Haus? Hast du Lust, dass wir uns da gleich mal umgucken? Ich weiß gerade nicht, Jupp. Lust oder Angst? Komm, Junge. Da ist der Eingang. Das soll's sein? Sieht da total unscheinbar aus von außen. Was hast du denn gedacht? Dass der Eingang zwei auseinander gespreizte Beine sind, oder was? Nee, er ist ein offener Mund mit spitzen Zähnen und Zahnspange. Aua. Oh, ja. Micha. Hi, Micha, ich hab dich auf laut. Jo, Philipp, du. Bis auf, wegen des Abdrucks an dem Handgelenk des Opfers. Ja, der stammt tatsächlich von einer Damenarmbanduhr. Wir versuchen gerade mehr über die Uhr rauszufinden. Ja, was denkt ihr? Wurde sie überfallen? Ja, möglich. Wir haben jetzt übrigens auch die Todesursache. Sie wurde erstickt. Allerdings gibt es keine Würgemahle, Stangulationsfurchen, noch sonst irgendwas. Und in ihrem Hals steckt da auch nichts, was zu einem Erstecken geführt haben könnte. Wie ist sie dann erstickt? Ja, genau das müssen wir rausfinden. Übrigens Faserspuren hatte sie im Kopfbereich auch nicht. Dafür winzige Reste von Flüssiglatex. Was ist denn flüssiges Latex? Von die im Domina-Studio sollen uns mal sagen, was man damit so anstellen kann. Ja, da geh ich auch von aus. Also, viel Spaß, Kollegen, ne? Spaß? Ja, danke. Ciao. So, so. Micha hätte hier also Spaß, ja? Komm, nach Ihnen. Hallo. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Mistress Christina. Wünschen Sie jeweils eine Domina oder möchten Sie sich gemeinsam einer Herrin unterwerfen? Nö, ich möchte einfach nur zugucken, wie sich mein Kollege unterwirft. Oh, natürlich. Äh, das war ein Scherz. Das war ein Scherz, okay? Also, wir sind, wir sind rein beruflich hier. Stela, mein Name, von der Kripo, meine Kollegin Rietz. Okay, gut. Ähm, was kann ich für Sie tun? Sie kennen Lady Jana? Ähm, ja, das ist eine Mitarbeiterin von mir. Das tut uns sehr leid. Marlene Blum ist heute Morgen tot aufgefunden worden. Großer Gott, was? Hatte sie einen eigenen Raum hier bei Ihnen? Ähm, ähm, ja, natürlich. Folgen Sie mir bitte. Wie läuft so eine Session eigentlich ab? Vor jeder Session gibt es natürlich detaillierte Absprachen. Ein Safe-Word und natürlich die Grundprinzipien des SSI. Also Safe, Sane and Consentual, was so viel bedeutet wie sicher bei klarem Verstand und im gegenseitigen Einverständnis. Also, wir sind uns hier natürlich alle der enormen psychischen und physischen Verantwortung bewusst und natürlich auch der Gefahr. Und wie sieht so der klassische Kunde aus? Den gibt es hier nicht. Manche Kunden möchten einfach nur ihre Grenzen austesten, körperlich sowie emotional. Wieder andere möchten einen Trauma aus der Kindheit aufarbeiten hier in diesen geschützten Räumen. Und wieder andere sind erfolgreiche, machtvolle Geschäftsmänner, die hier einfach nur komplett die Verantwortung abgeben möchten und einfach nur Regeln befolgen wollen. Das krasse Gegenteil zu ihrem sonstigen Job. Der knallharte Boss und hier der wimmernde Sklave. Manu, wer sitzt denn da so erwartungsvoll? Da wirst du jetzt schön meine Peitsche spüren. Ja. Und dann gibt es natürlich noch den Lustschmerz. Jeder empfindet Schmerz anders. Das kommt natürlich auch auf die Körperregion drauf an. Das Gegenteil von Lust ist nicht Unlust. Es ist Schmerz. Aber die Übergänge sind fließend. Mögen sie kleine, sexy Bisse in den Nacken? Naja. Ein Klaps auf dem Po, ein fester Griff, Atemkontrolle. Nippel-Klemmen, Hoden-Klemmen, hm? Hoden. Wie gehen Sie denn hier mit extrem eifersüchtigen Partnern um? Ach, das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Also natürlich wimmelt es in der Welt der Dominas von Kunden, die besessen sind von ihren Herrinnen und hier einfach nur ein kleines schmutziges Geheimnis ausleben möchten und zu Hause der liebevolle Umsorgung wie Familienvater sind. Aber die Grenzen sind klar definiert. Das hier ist schließlich ein Geschäft und das hat oft nichts mit dem zu tun, wer ihre Frauen privat sind. Also, hier ist es. Bitteschön. Danke. Vielen Dank.